Ehm, ja, so. Moment. In der Position. Und so. Wir tun auch so viel. So, ich hab's hier. Ich hab's hier. Oh nein. Ich hab's hier. Das ist Fieber. Scheiße. Warum? Okay, ja. Ja, noch infiziert. Lett mich doch. Ich bin hier genauso. So. Fuck. Du wird ins Gras beißen, der Typ. Witz dir. Witz dir. Auf keinen Fall zu meinem Ort schaffen. Der lebt nicht lange. So. Das heißt, schnell die Bücher in Sicherheit bringen. Und dann. Und dann. Ja. Hoffen, dass er's doch noch schafft. Aber. Ich geh mal nicht davon aus. Wie pesimistisch ich dabei bin. Wie pesimistisch ich dabei bin. Ja. So. Sag ich, es stirbt. Winne. Infizierung. Scheiße. ich habe es geschafft wo ich hin wollte mit einem Einwohner im Haus ich will nicht mehr ich bin und die alte Ah ne, es blutet erst schon wieder, leck mich doch am Arsch. Ich kann doch ruhig gleich verrecken. Ich muss nur die Scheiß Bücher sichern kommen. - Ja, gut, jetzt kann ich auch rauslaufen. und die dann jetzt von mir stöten. Gleich werde ich wieder finden, falls ich mit den nächsten Charakters hierher komme. Das sind ja schon welche. Ach Scheiße, du hast 16 Tage und 15 Stunden überlebt, du hast 105 Zombies getötet, Spielmodus, dann kannst du mal. Hm, das stelle ich jetzt, mein eigenes Ich. Tja. Tja.